ja hallo ich bin manja und ich freue mich dass du eingeschaltet hast ich möchte heute gerne etwas sagen zum thema ängste und panik und als erstes möchte ich mal darauf eingehen woher kommen eigentlich angstanfälle oder panikattacken ich habe das ein bisschen untergliedert in fünf teilbereiche und ich möchte mit dem thema hormone machen stimmung mal beginnen der grund ist dass die hormonschiene im körper die geht ja durch den ganzen körper durch um beginn hypophyse hypothalamus dann haben wir hier thymus pancreas unten kommen dann die nebennieren die gonaden und es ist so dass hormone ein ganz feingliedriges räderwerk sind und unsere körperlichen zustände steuern könnte ich so sagen oder steuern können ja sie steuern einerseits so themen wie verdauung oder entspannung oder schlaf aber sie steuern auch körperzustände wie zittern krämpfe mit so zusammen oder glücksgefühle und die diese hormonschiene im körper ist ganz fein aufeinander abgestimmt warum erwähne ich das jetzt als erstes beim thema ängste und panik ich erwähne als erstes weil alle anderen dinge die zu panik oder zu ängsten führen können haben im endeffekt einen einfluss auf die hormonschiene und die hormone bringen unseren körper dann dazu in verschiedenen zuständen zu sein und es ist so es gibt drei große hormone die dr witti hat es gesagt diese große forscherin in dem bereich drei große hormone die beispielsweise ursächlich sein können für angst oder panikattacken das ist das cortisol das insulin und das östrogen neben natürlich anderen hormonen ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die biochemie vom körper reingehen ich mache euch nur ein beispiel anhand des hormons insulin insulin kennt er ja wahrscheinlich alle ist für den für die zuckereinregulierung in die zellen zuständig bei unserem körper wird im pancreas produziert und es ist so dass wenn wir nahrungsmittel zu uns nehmen die im körper in zucker verstoffwechselt werden also in kleinere zuckerbestandteile dann ist das insulin dafür zuständig diesen zucker im körper wieder auszubalancieren und diesen die ich sag mal die glukose in die zellen zu bringen und was jetzt passieren kann ist wenn ihr zum beispiel viel schnell verwertbare zucker ist süß krams könnte man auch sagen ja dann steigt der insulinspiegel auf hohe spitzen an ja wenn es schnell abbaubarer zucker ist steigt also auf hohe spitzen an und senkt dadurch diesen blutzuckerspiegel enorm was dann passieren kann wenn das wenn ihr das öfter macht ist dass der insulinspiegel zu hoch ansteigt und ist dem blutzucker zu sehr absenkt und wenn der zu sehr abgesenkt ist kommen wir in einen sogenannten unterzucker unterzucker bedeutet dann der körper hat angst in hat angst im endeffekt zu sterben ja und löst körpersymptome aus die hormone lösen dann körpersymptome aus das kann zittern sein schweißausbrüche das können übelkeit sein ja und diese körpersymptome das kennt ihr vielleicht von diabetikern die zu viel gespritzt haben die haben so was manchmal auch wenn sie in den unterzucker geraten können bis zur ohnmacht gehen ja und dann auch bis zum tode führen nicht die körpersymptome sondern der unterzucker natürlich und es ist so dass diese körpersymptome zittern schweißausbrüche der magen krampf sich zusammen ja ich bin einer ohnmacht nah dass das auch typische körpersymptome sind die beispielsweise auftreten bei angstanfällen bei panikattacken das war jetzt mal einfach ein beispiel anhand des insulins wie hormone und in diese panik reinbringen können durch diese körperlichen reaktionen die sie hervorrufen warum erzähle ich dass die hormonschienen ist wie ich schon gesagt habe ein ganz gut aufeinander abgestimmtes netzwerk oder manche vergleichen es auch mit so zahnrädern die ineinander greifen und die was was oft in der medizin gemacht wird ist dass dann geschaut wird okay du hast zu wenig östrogen oder wir müssen hier ausgleichen hast du wenig davon so wenig davon was ganz oft vergessen wird ist dass die hormonschiene einer logik folgt einer körperlogik sowie jeder körper und diese körperlogik heißt es gibt einen chef und der macht anweisungen oder er tut sie noch nicht und daraufhin reagieren andere hormondrüsen oder der körper und wenn wir jetzt auf die hormondrüsen eingehen ist der chef die hypophyse und der hypothalamus in beziehung dazu und das heißt wenn ich an hormondrüsen rumdoktere oder oder hormone ausgleichen will zum beispiel zu viel cortisol oder zu wenig östrogen dann bringt es relativ wenig ausschließlich hormone zuzuführen die das ausgleichen ja sondern es darf immer bedacht wenn das die ganze hormonschiene bedacht wird angefangen bei der hypophyse weil die steuert bestimmte hormone die dann die anderen hormondrüsen wieder dazu bringen andere hormone zu bilden jetzt ein bisschen viel anders und ein bisschen viel neu aber ich will euch jetzt nicht zu sehr mit hormonbegriffen langweilen mir geht es nur darum dass ihr versteht dass das wie so ein dominoprinzip ist ja und deswegen ist es wichtig dass wenn ihr auf diese hormonebene arbeitet beim thema ängste beim thema panikattacken dass sie dann die ganze hormonschiene bedenkt der zweite faktor wichtig ist es braucht normalerweise überhaupt keine externen hormongaben egal ob das jetzt körperidente hormone sind bio hormone von irgendwelchen pflanzen also phytohormone oder im labor hergestellte hormone sondern es bedarf dem verständnis auf was für äußere reize und auf was für innere reize die hormondrüsen ansprechen mache ich auch hier ein beispiel wir hatten vorhin das beispiel cortisol auch ein hormon was im zusammenhang steht mit ängsten und panikattacken der cortisol spiegel im körper reguliert sich je nachdem wie viel stress ihr habt wie viel erwartungsspannung ihr habt wie wach ihr sein müsst ja also gott die solos am morgen beispielsweise erhöht weil es euch in den in den tag bringt euch wach macht ja euch die kraft gibt was zu tun ja wenn jetzt cortisol aber dauerhaft erhöht ist weil ihr stress habt cortisol ist ein stresshormon ein so genanntes stresshormon genau wie adrenalin dann kann es passieren dass die neben ihren rinder wird es nämlich produziert immer wieder cortisol produzieren und produzieren und produzieren und dass dieses cortisol nicht einem natürlichen rhythmus unterliegt wie es eigentlich sein sollte für mich von spannung und entspannung sondern dauerhaft erhöht ist und ihr dadurch immer in dieser spannung sein und warum sage ich das ihr könnt die hormondrüsen wenn ihr versteht wann sie welche hormone wie ausschütten dazu bringen durch jetzt in dem beispiel cortisol durch entspannungsübungen was immer auch entspannungsübungen für euch heißen da kommen noch drauf wieder in die balance zu kommen in die balance zu gehen ja also wichtig für euch das zu wissen es braucht normalerweise keine externen hormon gaben und das zweite wichtige von euch für euch zu wissen ist ich kann es selber ein regulieren ja ich hoffe das hat euch ein bisschen weiter geholfen zum thema hormon es war nur so ein kleiner input wenn ihr mehr wissen möchtet könnt ihr gerne auch auf meine webseite gehen www.manyazier.com ich habe dort ein kostenloses webinar zur verfügung gestellt zum thema panikattacken zum thema ängste ansonsten könnt ihr auch da einfach ein bisschen rumstübern da sind eine ganze menge informationen ich danke euch ansonsten für euer vertrauen dass ihr zugehört habt ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag das ist